Also, heute ist der 29. April in München. Die Uhrzeit könnt ihr ablesen natürlich. Ich schaue jetzt gerade nach Osten und jetzt schwenke ich weiter nach Süden. Und ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, aber der Himmel ist da irgendwie total hell. Das ist also, als wenn da über den Wolken irgendwas steht, was Licht macht. Unglaublich. Das ist Osten und hier haben wir dann Südosten. Jetzt ist es, was haben wir, drei Viertel zehn Uhr im April in München. So, und wenn wir jetzt natürlich zurückgehen, hier ist Norden, Nordwesten, dann sieht man hier diesen rötlichen Himmel. Das ist aber auch ganz normal und ich würde wieder gern zurückgehen, weil das ist, also für mich ist das außergewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut euch das mal an. Also zurzeit sehe ich hier viele Lichterscheinungen in der Nacht. Also wenn jemand sagt, das sind Satelliten, ist natürlich ein Blödsinn. Das sind irgendwelche Wetterballons, die hier rumfliegen und irgendwie scheinen die an Höhe zu verlieren, weil ich sehr, sehr viele weiße Punkte sehe in der Nacht, die sich bewegen. Aber das nur abseits dessen. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen dunkler, aber das ist, als wenn über der Wolke irgendwas steht, was die beleuchtet. Es sind also nicht hier die Kirchenleuchten, sondern es ist wirklich die Wolke selbst. Ich hoffe, dass man das gut erkennen kann. Alles klar, das war's. Ciao. Ja. Ja.